In dem heutigen Video zeigen wir euch einen kleinen Trick, wie ihr unendlich leben bei Candy Crush erhalten könnt. Wer Candy Crush spielt, wird das Problem kennen. Man hat Probleme bei einem Level, spielt es öfters und irgendwann hat man kein Leben mehr. Also nach 5 Leben muss man dann warten, bis man neue Leben erhalten hat. Dies dauert pro Leben 30 Minuten und da man maximal 5 haben kann, kann man so also 2,5 Stunden warten müssen, bis man wieder vernünftig spielen kann. Doch das könnte ganz leicht umgehen. Geht einfach aus dem Spiel raus und geht in die Einstellungen. Geht nun unter Allgemein und unter Datum und Uhrzeit. Deaktiviert nun das automatische Einstellen der Uhrzeit. Wählt zum Beispiel einen Tag aus und geht auf Morgen. Geht zurück zu Candy Crush und schon habt ihr wieder volles Leben. Da das Spiel nicht online lädt, sondern offline. Nebenbei könnt ihr sofort danach, ohne Probleme, wieder zurück zu den Einstellungen. Die automatische Einstellung der Uhrzeit aktivieren. Könnt ihr euch bei Candy Crush wieder einloggen und habt trotzdem volles Leben. So einfach haltet ihr unentschieden bei Candy Crush. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Spielen. Und falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks verpassen wollt, dann abonniert diesen Channel. Geht auf unsere Website www.ipo-tricks.de oder download direkt unsere App. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß und hoffen euch bis zum nächsten Video. Ciao!